hallo leute und herzlich willkommen zurück bei er ist schon hier genau ja ich habe keine verbindung mehr schade der inventar voll amonium okay das ist eine gaspflanze das ist hier kupfer weißt du das stand mir das nicht in den ressourcen sind die was hier wichtig sind also gehe ich es mal nicht davon aus okay wolltest du wieder solarplatten machen noch mal wolltest du wohl wieder solarplatten machen ja ich wollte solarplatten machen dafür wenn ja kein wind herrscht einfach ein paar mehr batterien machen kann ja noch mal schnell schauen ob ich irgendwo zinkblende finde und soll erst mal ein paar verbindungen machen zinkblätter war ich glaube ich auch relativ in der nähe also ich weiß dass es unten irgendwo gab aber ich glaube hier oben gab es auch noch irgendwo ich glaube da hinten sogar ja ich glaube das ist tatsächlich gemisch ja das ist gemisch jetzt wo man es nicht braucht naja schematische mittelgroße generator ok und flutlicht was wir die nach freischalten oder wurden sie so freigeschaltet da hast du doch gerade freigeschaltet oder nicht ja aber die frage ist wurden sie freigeschaltet oder muss ich oder es gibt ja sachen hier zum beispiel wo steht kein erste gelernt werden wenn es missionen so naja das ist ja wir brauchen jetzt wolfraum und aluminium aluminium und für aluminium brauchen wir was für ein hier laterzid und wir brauchen hier und wir brauchen und hier hier ich hier hier keine zinkblende findet laderit findet man und zinkbländer habe ich bis jetzt noch keine gefunden das würde ich jetzt einfach mal ausgehen dass man hier keinen zink findet ok ich habe hier auch so eine box gefunden Blutlicht, Roboter, Kunst. Hier, Mittelwasser, Generator. Ah, da hast du so eine Kiste gefunden, die zerstört werden muss. Da kommen wir noch ein bisschen Harz ab, davon dürfen wir glaube ich wenig haben, oder? Äh, irgendwo haben wir hier Harz, ja. Aber wenn wir noch mehr Plattformen machen wollen, dann könnte es knapp werden. Hier oben hat es ja Harz. Hier unten habe ich aber auch Harz. Mit? Du bist halt echt ein bisschen. Hm. 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 Geht schrumm, ja. Hm. Ah, hier war Zink. Na, endlich. Äh, wie stellt man Kunststoff her? Äh, da brauchst du dieses Chemielabor-Dings. Ah, okay. Das ist wovon wir das Wolfram, glaube ich, gebraucht haben, oder? Ja. Ja. Und dann, ich dachte, oh, ein Generator. Ein mittelgroßes Generator. Mann. Mann. Warte. Warte. Hat er dankbar entwickelt. Hm. Hm. ömt. summariert. Sadgerät, Warte 근무êmes. Und hier haben wir hier Wolfram. und Orte, Höhlen und Berge damit wird das Leben gemacht Kunststoffe aus organischer Ressource da steht ein Schmelzofen hier da steht es Kunststoff das ist eine organische Ressource auf den Ofen drauf ich habe noch mal so ein container gefunden ja das ist ein Schmelzofen ich habe noch mal ein Schmelzofen und die Schmerzofen hast du eigentlich den exo koffer mitgenommen den du gefunden hattest nein diesen koffer ich bin schon ein bisschen schnell Ah! Ja, sehr gut. Okay, ich denke, ich habe das ganze Ding abgebaut. Gut, gut, das hast du sehr gut gemacht. Wir wollen jetzt... Bestimmt, ja. Oh. Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Warum kann man auf dieser Plattform... Was kann man? Das... Man, die Plattform drehen? Ja... Wie? Wie alles sonst auch, mit C&V Oh... Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Komm schon, zacken, so , zacken, so , zacken, so Was machst du gerade so? Äh, ich bin hier gerade am zusammenstecken Ja, gut Ich würde den glücklosen Zucker mal wieder hier in Schwung bringen Okay Ach, jawohl Mm-hmm Wo ist denn? Komm schon, komm schon Wer stehe? Wer stehe? Müssen wir kurz warten Ja So, Kohlenstoff ist ja gleich fertig Und dann geht's richtig ja wieder Mm-hmm Jawohl, ja Ich war hier eigentlich hier drüben am Genau das sammeln, was wir brauchen Ja Okay. Oh. Hm. Was? Ah, ich bin nur kurz am überlegen. Wenn ich das richtige Maler Erinnerung habe. Ja. Da ist ein Kupfer. Aluminium und Keramik. Haben wir hier Aluminium und Keramik? Äh. Glaub nicht. Oder Glas. Glas sollten wir aber haben. Ne. Ne, haben wir erst recht nicht. Ja. Ja. Das lässt sich doch alles herstellen, ne? Ja. Du möchtest Quarz haben dann sozusagen. Mal schnell ein bisschen Quarz. Ja. 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 Okay. Ja, hier. Aluminium und Keramik. Wer nicht, oder? Aluminium schon, Keramik nicht. Aber Keramik kann man ja aus Lehm herstellen. Und Lehm kann man aus Erde kriegen, oder? Ja. Gut. Dann wir jetzt den großen Wind. Dann haben wir wenigstens etwas. Und das andere... Kupfer haben wir nicht, aber Glas schon. Also, dürfen wir Lehm haben. Dann machen wir ein bisschen Lehm. Dann brauche ich nochmal ein mittelgroßes Lager. Ja. So, dein Leben ist fertig. Ja. 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 Wir brauchen ein paar Plattformen, wo wir dann die Batterien und Wind drauf packen können, sodass wir hier das Lager besser benutzen können. Ja. Da wird gerade erstmal ein bisschen Lager gemacht. So, also eine komplette Lagerplattform. Hm. Wo ist Lager? Wo ist Lager? Was bringt das genau? Was ist? Ein? Wo ist Lager? Was das genau bringt? Ein großes Lager. Das hat stattdessen... Äh. Also ein hohes Lager. Wo ist Lager? Ähm. Hm. Weiß ich gerade nicht genau, was das macht. Oder welches das ist. Es gibt verschiedene Lager. Ja. So, die komplette Lagerplattform ist jetzt mal voll. Ja. Dann machen wir mehr Harz. Was ist das schön ist, ja. Mit der Zertifugel können wir ja auch einfach organische Ressourcen machen. Oh, cool. das heißt wir sollten auch genügend brennstoff zur verfügung haben für den mittellosen generator ach so dann habe ich denke dass der ziel bekommen hat also danke so ein bisschen organische ressource warum kann diese plattform hier nur an einer stelle platz angeschlossen werden was meinst du ach so weil die ich weil ich die in der hülle gefunden habe das ist eine die haben wir nicht okay dann haben das hohe lager ist jetzt nicht unbedingt so effizient mir was das bringt überhaupt keine ahnung so wollte ich es mir ansehen stoff haben jetzt erstmal genug das hohe lager ist scheiße ja ist es drei einzelplätze sind wenn du mit deiner stabilen plattform empfohlen mittleres mehr zwecke speichermodul ich erkenne den sinn nicht wer weiß okay dann können wir doch mal okay hart brauchen wir mal wieder okay 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 Nein. das geht ja so können wir also mehr mitnehmen und wir sind schon wieder bei 34 minuten würde ich sagen das war es für diese folge also liebe leute bis zum nächsten mal tschau